Der Hauptstelle fahre hier im Verlust bestätigt. Vorfertige Überlebensstelle für den Einsatz zur Verfügung. Basisteil sammeln. Oh, die Korridore sind... Oh, das ist schon mal. Oh, das ist schon mal. Das ist schon mal. Fuh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch, aber das war der eigene Bot wahrscheinlich. Oops. Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch. Ja, macht am meisten Sinn. Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch. Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch. Ich war gerade irritiert von diesem Geräusch. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, dann laufe ich da gleich nochmal hin. Okay. Okay. Hi, was geht? Da spricht man durch Hämatit auch so. Okay. Okay, ja, ich hab das letzte Mal vor drei Jahren gespielt und wurde überredet. Genau, und jetzt mach ich blutige Anfänger hier Sachen und versuch das Spiel wieder zu lernen. Okay. 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 Finde ich cool bis jetzt. Okay. Okay. Wir hatten das gestern Gestern schon Ich hab ein paar Sachen So erste Entdeckung Erste Entdeckung So vor 10 Jahren Und in dem Ein Save Game habe ich noch das Starter Raumschiff Von vor Als das Spiel rauskam Also den ersten Tag Das was man damals Im DLC bekommen hat Ja ich will aber nicht zu voreilig sein Ich weiß nicht dass das gleich eine Quest ist die ich bekomme Von hier ist das Gilliam Oh cool, das gab es damals auch noch nicht, dass die sich automatisch gesetzt haben. Sondern du musstest die harthändisch anbringen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was sollte ich jetzt bauen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, machen wir Basis der Wiederkehr. Der. Jetzt weiß ich auch, warum du mich überredet hast, damit ich diesen 1%-Punkt bin und das abschließen kann. Was ist das? Doch, ich wurde hier für niedere Machenschaften an Land gezogen. Oh mein Gott. Deswegen soll ich das auch bis zum Ende spielen, ne? Oh, ich hatte da noch was gesehen. Landefeld. Oh, ich hatte da noch was. 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 Das brauche ich noch für den Hyperantrieb. Wow. Wow, kam der flach. Ah, okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich wollte nie. Ich wollte nie. Ich wollte nie so wollte ich sagen. Okay. Okay. Fliegen wir mal auf die Raum... Gott. Raumstation. 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 Äh eng. Ab brauchen wir noch. V lectura, も peut-aled anrunde Kύpa. Voll tun kann, aber wir kommen kurz, genau ok? Das ist es so gut. Ja, wenn wir jetzt doch noch nicht, Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, verdammt, mir fehlen 25. Ich weiß nicht. Ja, oder eben fix kaufen. Ach, verdammt, mir fehlen 25. Ja, ich würde dann auch mal eben fix kurz AFK gehen und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder, würde ich sagen. Also, bis gleich. Ach, verdammt, mir fehlen 25. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich auch. Upsale. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Soviel brauche ich dann für das Ganze. So, stopp. Dann suchen wir mal rote Pflanzen. Oh. 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 so finden wir denn hier irgendwie so ich habe ganze zwei sauerstoffe